Ich hab letzte Woche meinen Vordel mit runtergespült. Ach, das haben wir gleich. Frau Glöhe, Nanu, das sind ja noch ganz andere Sachen drin. Ach nee. Oh, ich glaub, ich hab ihn. Wie schön, Herr Röhrig. Nanu, ich sitz weg. Das ist ja furchtbar. Mein Arm, ich komm nicht mehr los. Ich helfe Ihnen. Herr Röhrig, was machen Sie denn? Sie machen ja alles schmutzig. Herr Kahn! Eckart! Werne? Werne? Ich sitz weg. Eckart! Werne? Wo bin ich? Eckart! Wo seid ihr? Eckart! Werne? Meldet euch! Sag mal, redet ihr nicht mehr mit mir? Eckart! Kannst du mal gucken, ich hab da irgendwas am Kopf. Du, ich hatte auch vorhin Dreck am Mund. Und keiner hat das Schatten mit ihm. Er kommt wieder rauf. Wo die Kühe? 5,8 Punkte, würde ich sagen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine kleine Spende für den Meister? Jawoll, meine Damen und Herren. Aufgepasst, da kommt er wieder. Das wird er diesmal zeigen. Ja! Ein hervorragend ausgeführter Schlammlöhrer in Rücklage. Applaus! Äh, äh, alles klar bei Frau Hansen? Sag mal ab, ihr Sch...